Dann also ein herzlich willkommen zum RSB-Tutorium für Aufgabenblatt 6. Wir werden uns heute vor allem mit dem Thema Shift-Operationen und logischen Operationen beschäftigen. Ein bisschen Codierung gibt es noch dazu. Genau, ich würde mal wieder so ein bisschen abweichen vom Aufgabenblatt. Ich glaube, dem Ganzen können wir uns etwas besser nähern, wenn wir das anders tun. Und zwar schauen wir uns als erstes einmal an, was eigentlich Shift-Operationen sind. Da können wir uns nämlich verschiedene anschauen. Zum Beispiel gibt es da sowas wie, das war ein bisschen klein. Moment, jetzt machen wir nochmal größer. Wir können etwas haben wie X. Dann haben wir so diese Shift-Zeichen und N. Das ist übrigens der SHL-geschriebene Shift, Shift-Left. Genau, für ein Beispiel werden wir überall N gleich 1 annehmen. Und was bedeutet jetzt eigentlich Shift? Shift heißt, dass wir eine Zahl nehmen, also eigentlich in der Regel eine Binärkette, sowas wie 1, 0, 0, 1 und dann sie manipulieren. Genau, weiß einer von euch zufällig schon oder hat sich damit beschäftigt, was Shift-Left macht? Ja, genau. Es wird irgendwie nach links verschoben. Bits werden nach links verschoben. Und zwar hängt das ab von dem N. Das ist dann die Anzahl der geschobenen Stellen, die wir haben. Wenn wir ein Shift-Left haben, dann das Ganze nach links. Das heißt, unsere 1 hier wird eine Stelle weiter nach vorne geschoben. Die 0 wird auch eine Stelle weiter nach vorne geschoben. Und diese 0 auch. Und dann ist jetzt die spannende Frage, was passiert eigentlich hier mit der 1? Also wir könnten jetzt hier sehen, es ist irgendwie vierstellig. Das gibt es hier irgendwie nicht. Tatsächlich ist es so, dass bei dem normalen Shift-Left die 1 hier vorne einfach wegfällt. Das heißt, sie wird tatsächlich links rausgeschoben. Weg ist sie. Und genau schon richtig gesagt, hinten wird das Ganze mit 0 aufgefüllt. Quasi, wir stellen uns vor, ob da jetzt ein Komma wäre oder nicht. Wir stellen uns vor, hier wäre eine imaginäre 0 und die wird dann entsprechend auch um 1 verschoben. Wenn es mehr als eine Stelle ist, also jetzt haben wir n gleich 1 angenommen, wenn wir mehrere Stellen haben, dann wird natürlich auch viel mehr verschoben. Also wir können ganz beliebig viele Stellen nach links verschieben. Wenn wir ganz viel schieben, haben wir irgendwann natürlich was nur noch? Und dann haben wir nur noch Nullen. Also wenn das n größer ist als die Anzahl der Stellen, dann bleiben nur noch Nullen über an der Stelle. Genau, dann, das war das Shift-Left. Wir können das Ganze natürlich auch anders machen. Wir können das machen. Wir haben X, dann die Pfeile in die andere Richtung. Das ist der Shift-Right-Arismatic. Also wenn wir oben den L, den logischen Shift nach links hatten, hatten wir, haben wir jetzt hier den, durch das R nach rechts und dann noch den arithmetischen. Auch hier gucken wir uns das mal mit einem Zahlenbeispiel an. Das, was gleich bleibt, ist natürlich das, was wir mittendrin haben. Also dem einfachsten sind die Zahlen, die einfach nach rechts um N geschoben werden. Also in dem Fall, wenn wir jetzt das Beispiel hier nehmen, würde die 1 um 1 geschoben werden. Die 0 würde um 1 geschoben werden. Oder? Und die 0 würde um 1 geschoben werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit der 1 hier vorne? Nun, auch das ist eben wie beim Shift-Left. Das heißt, die wird weggeschoben, die ist raus. Und ja, was meint ihr, was passiert jetzt hier am Ende? Wird hier auch mit einer 0 aufgefüllt? Ja, das hat jetzt gar nicht so direkt was mit Vorzeichen zu tun an der Stelle. Erstmal grundsätzlich, der SAA heißt einfach, dass die Zahl, die hier links steht, beibehalten wird. Das heißt, wenn wir hier eine 1 stehen haben, dann wird die quasi gedoppelt. Das heißt, wir haben die zweimal drin. Und wenn wir weiterschieben würden, dann würde es halt wieder immer das Gleiche kommen. Also die letzte Zahl bleibt dann stehen. Stimmt natürlich schon, wenn das jetzt hier in unserem Binärstring so wäre, dass die Zahl unser Vorzeichen darstellt, also die 0 oder die 1. Dann würden wir quasi dadurch das Vorzeichen beibehalten. Genau, also ihr seht, hier ist das ein bisschen anders als hier oben. Beim Shift-Left wird einfach nach links rausgeschoben, von rechts mit Nullen aufgefüllt. Beim Shift-Reit des Matic, also dem SAA, wird nach rechts rausgeschoben, rechts fällt raus und am linken Ende wird das Bit beibehalten. Und es gibt noch einen zweiten Shift nach rechts. Der entspricht dann nämlich wieder mehr dem, was wir oben schon gesehen haben. wird allerdings mit 3 Pfeilen nach rechts beschrieben. Das ist dann der SRA, also das ist quasi das Pendant zu oben. Und genau, jetzt zwischendurch die Frage, was wäre bei N gleich 4 in dem SRA? Naja, wir würden, also du schiebst immer stellenweise, das heißt, wir würden tatsächlich dann bei N gleich 4 die Nullen rechts rausschieben und würden am Ende, ja, alles 1 sind dann nur noch haben, ne? 1, 2, 3, ja, bei 4 hätten wir dann nur noch 1 am Ende. Aber eine gute Frage. Oh, ähm, der arithmetische Shift, wir schieben alles, nee, nicht der arithmetische, der logische Shift. Wir schieben alles am einen nach rechts. 1, 0, 0. Das hier fällt weg. Und hier fügen wir auch wieder eine 0 unten ein. Also, das ist erstmal, ähm, ganz gut zu wissen, äh, dass man sich das irgendwie einmal gemerkt hat. Dann, äh, das werden wir nämlich noch, noch gleich brauchen. Also, das sind die verschiedenen Shifts. Dann sollten wir einmal uns grob angucken. Es gibt etwas, das nennt sich Rotate. Zum einen haben wir da das Rotate Left. Und, äh, dort ist es dann so, dass wir, naja, die Inneren sind wieder einfach. Wir, das war natürlich die falsche Ebene. So, die Inneren, wir schieben. Und was glaubt ihr, was passiert beim Rotate Left mit den äußeren Stellen? Was passiert hier ganz vorne mit der 1 und, äh, was kommt hier an die letzte Stelle? Das Ganze heißt Rotate Left, diese Operation. Was meint ihr? Was würdet ihr erwarten? Wir fangen an mit 1, 0, 0, 1. Genau, das vordere Bit kommt nach hinten. Äh, ist genau richtig. Rotate Left wird das, was dann ganz links rausgeschoben wurde, rechts wieder reingetan. Das heißt, aus 1, 0, 0, 1 wird 0, 0, 1, 1. Und das können wir natürlich dann auch so ein bisschen weiter treiben, wenn wir jetzt hier nicht nur einmal schieben würden, ähm, sondern wenn wir jetzt noch zweimal weiterschieben würden. Also bei n gleich 3 würden wir dann sogar bei 1, 1, 0, 0 dann sein. Also es würde dann immer wieder nach links durchgeschoben werden. Und, ja, halt immer so stückweise durch. Ähm, Bondong dazu. Vielleicht wenig überraschend. Ein Rotate Right. Ja. So, wenn wir das machen, Rotate Right, dann rotieren wir halt eben das Ganze nach rechts. Und das, was wir rechts rausschieben, wird an der Stelle dann wieder auf die letzte Stelle dann rein rotiert. So, das alles mal also als Grundlage, ähm, wie wir schieben können. Also wir können schieben. Dadurch, äh, kriegen wir beim, beim Shift Left kriegen wir immer Nullen rechts rein. Das ist ganz praktisch. Beim Shift, beim SRA ist es so, dass wir, ja, das Vorzeichen quasi immer behalten. Das ist auch ganz praktisch, beziehungsweise immer wissen, dass diese Stelle hier gleich bleibt. Und, äh, ja, beim SRL wiederum würden wir halt nach rechts schieben, aber dafür dann halt immer Nullen rein kriegen. Und Rotate Left und Rotate Right sind halt Optionen, die uns, oder Operationen, die uns helfen, das Ganze ein bisschen zu rotieren. Ähm, es hängt, also wie weit das dann jeweils in jeweiligen Programmiersprachen implementiert ist, hängt von der Programmiersprache ab. Ähm, deswegen gibt es auch, wollen wir mal gucken, ich glaube, die haben wir diesmal auch wieder drin. Ähm, genau, also die, die Aufgabe, ähm, 6.3.d, da sollt ihr dann ja ein Rotate Right auch nachbilden, ähm, wo gesagt wird, dass es in Java nicht, äh, vorhanden, der Rotate Right Operator, ähm, geht es, geht es darum, dann sowas nachzubilden. Aber da gucken wir, glaube ich, eventuell gleich sonst nochmal kurz extra drauf. Ähm, erst mal, was brauchen wir noch? Wir sollten nochmal ein bisschen gucken, wie sieht das aus mit Bitweisen Operatoren. Also in dem Fall haben wir hier jetzt eine ganze Kette stückweise geschoben. Was wir auch machen können, ist folgendes. Und so, wenn man die Textebene noch richtig nimmt, dann kann man das auch lesen. Wenn man es größer macht, kann man es besser lesen. Also wir nehmen als Ausgangspunkt einmal an, wir haben eine Binärkette, einfach eine binäre Kette von 4 Bits, ähm, 1011 mal als Beispiel. Das ist unser X, wir haben Y, das wäre 0, 0, 1, 0. Und dann können wir Sachen machen, die, ähm, beziehen sich halt dann immer darauf, dass wir sie bitweise, bit für bit anwenden. Etwas, was, denke ich mal, weniger ungewöhnlich ist, ist, ähm, was ist denn das da? Dieses Tilde X, das wird häufig auch als Schreibweise genommen oder beziehungsweise das kennt ihr vielleicht. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie schon hattet in Essay 1. Für die Negation. Einer von euch eine Idee, was passiert, wenn wir unser X bitweise negieren, also Bit für Bit negieren, Schrägstrich invertieren, was dann dabei rauskommt. Ja, Kompliment kann man auch sagen, also im Endeffekt das Einer Kompliment, ja, wow, kann man es auch benennen. Genau, also aus 1011 wird dann 0100. Ähm, dann können wir X und Y nehmen. Ja, also richtig ist, ist ein und dazwischen. Das heißt, wir sind jetzt bei dem AND. So, bitweise ist AND, ähm, heißt, dass wir gucken, AND, wie war das nochmal? AND ist, so rein binär betrachtet, AND ist nur dann 1, wenn beide Ausgangsteile, vorhin Bestandteile des ANDs 1 sind und sonst 0. Also 0 und 0 ergibt 0, 0 und 1 ergibt 0, 1 und 1 ergibt 1. Was würde dann jetzt rauskommen, wenn wir X AND Y machen? 0, 0, 1, 0, richtig. Genau, das, äh, die 1, die bleibt nur an der Stelle bestehen, ähm, wo wir, äh, wo wir an beiden, äh, Bits, äh, Bitszeichenketten auch eine 1 vorher hatten. Ähm, das ist natürlich sehr spannend, wenn man, ich sag mal hier so ein bisschen, auch so Stichworte Bitmax-Maskierung, äh, fällt da so rein, beziehungsweise Bits setzen. So, warum, was man damit nämlich machen kann, ist, dass man sagt, ich habe, ähm, ich habe irgendwie eine, ein, ein Bits-String, wo ich nicht weiß natürlich, welche gesetzt sind und welche nicht. Und eigentlich interessiert mich nur, ähm, wenn dann überhaupt das dritte, also, nee, warte, so hier rum, ne, es interessiert mich nur, ob das dritte 1 ist oder nicht. Die anderen interessieren mich gar nicht. Und wenn ich dann jetzt ein End mache mit den beiden, ja, dann würde ich dann durch das End auf jeden Fall wissen, dass erste, zweite und vierte Stelle auf jeden Fall wegfallen und 0 sind und höchstens an der dritten Stelle dann die 1 behalten wird, wenn da eine 1 ist oder aber auch dann eine 0 hinkommt, wenn da eine 0 war. Also, das heißt, durch sowas wie 0 0 1 0 als, äh, Bitmaske würden wir dafür sorgen, dass nur an der Stelle, ähm, nur an der Stelle dann auch eine, eine 1 dann überhaupt sein kann, beziehungsweise, dass da halt dann eben das behalten wird, was da an Bit ist. Ähm, wenn wir anfangen mit, wobei das Bit setzen, ja, Bitmaske, Sets mit End ist ein bisschen, ein bisschen schwieriger, ähm, machen wir eigentlich eher mit dem Nächsten. Äh, das Nächste ist nämlich das OR. Es wird folgendermaßen geschrieben, wir haben X, ähm, diesen Trennstrich, Y. Also, wir sind jetzt hier auch sehr im C-Kontext unterwegs. Das sind dann aber auch die Symbole, die ihr dann sehen werdet, äh, wenn, wenn ihr in den, den Anlass-Aufgabenblatt guckt. Das wäre jetzt das OR. Das heißt, wir würden bitweise durchgehen. So, wie war das beim OR? Beim OR ist das so, wenn eines der beiden, eine der beiden Zahlen 1 ist, dann ist auch das Ergebnis 1. Also mindestens eine der beiden Zahlen 1 ist. Ja, also 0 und 0 ergibt 0, 0 und 1 ergibt, nein, also, oder, sollen wir ordentlich, ordentlich reden hier, 0 oder 0 ergibt 0, 0 oder 1 ergibt 1, 1 oder 1 ergibt auch 1. x oder y ergibt dann was bei uns? 1, 0, 1, 1, richtig. Genau. Es wird also an jeder Stelle, wo irgendeiner der beiden Zahlen eine 1 ist, äh, wird auch die 1 hier übernommen. Also, was hat das jetzt mit Bit-Sätzen zu tun, wenn ich sicherstellen will, dass auf jeden Fall an der dritten Stelle, ähm, eine 1 ist? Ja, ne Ahnung, weil das hier oben vielleicht ein String ist, der irgendwelche Steuerungen auswertet. Und ich will, dass, keine Ahnung, das dritte, die Müllklappe sich immer öffnet. Was auch immer. Irgendwas Blödes halt. Dann kann ich halt mit einem String wie, oder an einer Bit-Kette wie 0, 0, 1, 0 dafür sorgen, dass an der dritten Stelle das Bit auf jeden Fall gesetzt ist, selbst wenn es vorher nicht war. Äh, der Zusammenhang mit dem AND ist, dass ich mit der Bit-Maskierung in Kombination mit dem OR natürlich dann auch dafür sorgen könnte, dass ich bestimmte Bits auch lösche. Ja, also deswegen ist das Bit-Setzen auch nicht ganz falsch gewesen mit dem AND, denn ich kann damit ja auch bestimmte Bits auf 0 setzen. Also, mit dem, ähm, mit dem AND kann ich Bits auf 0 setzen, mit dem OR kann ich Bits auf 1 setzen. Ganz praktisch. Und vielleicht braucht man das mal in einer der Aufgaben, die es in RSB geht. So, der Vollständigkeit halber noch X, dann ist das hier so dieses Dach und Y. So, und ich sagte ja eben schon, eben hatten wir das OR. Jetzt hatten wir, jetzt haben wir das X-Ohr, das Exklusiv-Oder. Beim Exklusiv-Oder ist es jetzt so, dass das ja sehr wählerisch ist oder sehr exklusiv. Das heißt, nur dann, wenn genau eine der beiden Zahlen 1 ist, ist auch das Ergebnis 1. Wenn beide Zahlen 1 ist, ist das Ergebnis 0. Also, 0XOR 0 ergibt 0. 0XOR 1 ergibt 1. 1XOR 0 ergibt auch 1. 1, aber 1XOR 1 ergibt 0. Was bedeutet das für unsere Beispielkette? Genau, 1, 0, 0, 1. Genau, nur da, wo an genau einer der beiden Ketten eine 1 ist, nur da wird sie auch jetzt im Ergebnis übernommen. Das heißt, an der dritten Stelle haben wir jetzt das Ergebnis 0. Da fällt die 1 dann quasi dadurch weg. Sehr schön. Das sollte uns dann eine Ecke weiterhelfen. Dann Gucke ich gerade mal, ob wir noch was brauchen. Ja, man kann natürlich das auch kombinieren. Ja, ich glaube, das reicht an der Stelle. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen die Grundlagen da verstanden, hoffe ich jedenfalls. Und dann versuchen wir es jetzt auch mal anzuwenden. Und zwar fangen wir damit an, dass wir Shift-Operation statt Multiplikation machen. Das, was auch in Aufgabe 2 mit drin ist. Also die Idee ist jetzt hier, dass man sagt, Shift-Operation ist vielleicht etwas billiger als Multiplikation. Und da stellt man sich natürlich erstmal die Frage, warum geht das überhaupt, warum dürfen wir das überhaupt? Naja, das werden wir uns dann vielleicht auch angucken. Erlaubt ist für die Aufgabe nur der Shift nach links, das Plus und das Minus. Ja, was heißt es eigentlich, wenn wir ein Links-Shift um N machen? Ja, wir hatten eben uns Shift angeguckt. Machen wir mal ein Stück zurück. Wenn wir den Shift nach links machen. Also wenn wir das einmal machen, dann schieben wir es um eine Stelle nach links. Was ist denn, wenn wir eine Binärzahl so machen, dass wir das alles um eine Stelle nach links verschieben? Was passiert denn da mit der Zahl? Habt ihr da eine Idee? Also ich kann aber zum Beispiel anfangen. Ich habe ja die 001. Wenn ich das um einen nach links schiebe, sieht das folgendermaßen aus. Wenn ich das dann nochmal einen nach links schiebe, dann hätten wir das hier. Welche Zahlen stecken dahinter? Das erste ist die 1. Dann haben wir die 2. Und das hier ist die 4. Und da, genau, schon richtig im Chat ganz gut erkannt. Da ist irgendwie eine Multiplikation mit 2 dahinter. Wir sehen irgendwie 1, 2, 4. Das fällt einem irgendwie doch relativ gut auf. Und genau, also es ist eine Multiplikation mit 2 hoch N. Wenn ich das jetzt hier 1 mal 2 hoch 1 machen würde, dann komme ich natürlich auf 2. 1 mal 2 hoch 2, also 1 mal 4. Dann bin ich bei der 4. Also das heißt, Shift nach links entspricht einer Multiplikation mal 2 hoch N. Mal zurück auf den Text hier. Und wenn wir das wissen, dann können wir natürlich auch gucken, was eigentlich hinter irgendwelchen Shift-Operationen steht. Also wenn ich x links Shift 3 habe, was entspricht das dann eigentlich? Welcher Multiplikation entspricht das? x links Shift 3 ist welche Multiplikation? x mal 8. Ja, im Endeffekt, genau. Im Endeffekt ist es x mal 8, denn es ist x mal 2 hoch 3. Richtig. Und genau, nochmal ein kurzes anderes Beispiel. Ich glaube, dass ich das einfach mal kurz schreibe. Also das heißt, bei Shift nach links mit 6 wären wir dann bei x mal 2 hoch 6. Und genau so ist das eben einfach erstmal von dem Umschreiben. Das heißt, wir haben ein Links Shift und wenn wir stattdessen, also wenn wir eine Multiplikation ersetzen wollen mit einem Links Shift, dann brauchen wir etwas, was in dieser Form stehen kann. Irgendwie in der Form von x mal 2 hoch irgendwas. Nehmen wir also beispielsweise einfach mal den Wert, gerade mal gucken, nicht, dass ich irgendwie wieder, mir ist schon mal passiert, dass ich den Aufgaben, aus den Aufgaben die Zahl nehme. y gleich 10 mal x, dann müssen wir erstmal nachdenken. Dann ist das noch irgendwie nicht so einfach in dieser Form. Es ist noch nicht so direkt in der schönen Zweierpotenz. Was können wir machen, damit wir das in einer Form haben, die dieser Form hier ähnelt? Dieses x mal 2 hoch n, damit wir da ganz einfach ein Shift draus ablesen können. Dir dann eine Idee. Genau, wir können es so ein bisschen in die Potenzen zerlegen. Sehr gut. 10 mal x ist ja nichts anderes als 2 hoch 3 plus 2 hoch 1. Also 8 plus 2 mal x das Ganze. Und wie würde jetzt der Shift aussehen, den wir daraus ablesen? Schon eine Idee, wie ich das da als Shift umschreibe. Ich kann mich an dem hier oben orientieren. Ich habe jetzt so eine Form. Ich habe Potenzen. Ich habe jetzt mal x. Ich habe es jetzt noch nicht ausgeklammert, aber genau. Ich kann jetzt gucken. Das ist ganz schön. Ich habe hier meine Potenzen. Ich habe hier einmal 2 hoch 3. Ich habe hier 2 hoch 1. Und das nehme ich dann in meinen Shift rein. Das heißt, ich habe einmal den Linksschiff nach 3 oder um 3 plus den Linksschiff um 1. Und damit habe ich auch schon die Multiplikation ersetzt durch Shift. So einfach ist das an der Stelle. Vielleicht noch ein zweites Beispiel dazu. Wir können sowas haben wie minus 48 mal x. Wie würdet ihr da rangehen? Habt ihr da eine Idee? Minus 48 mal x. Wie können wir das in so eine schöne Form bringen, dass wir das so gut sortieren können, wie, ja, dann umschreiben können wie oben. Was haben wir oben gemacht? Oben haben wir die 10 in Zweierpotenzen zerlegt. Jetzt haben wir hier eine Minuszahl, also eine negative Zahl. Wir könnten überlegen, sie einfach in Zweierpotenzen zu zerlegen. Das geht sicherlich auch, ist aber relativ aufwendig. Also zumindest sind sehr viele. Wenn wir Zweierpotenzen geschickt wählen und abziehen voneinander, denkt dran hier, das Minus ist auch erlaubt. Wir sollen ja nur einfach, wir sollen die Multiplikation loswerden. Wir können also auch gut gewählte Zweierpotenzen abziehen voneinander. Habt ihr eine Idee, welche Zweierpotenzen dafür passen, um auf die minus 48 zu kommen? 16 minus 64, genau. Genau. Also, ich kann das Ganze umschreiben, dass ich sage, minus 48 mal x ist eigentlich das gleiche wie 16 minus 64 mal x. Und das sind dann, 16 sind, genau, 2 hoch 4, minus 2 hoch 6, mal x. Und daraus dann wieder abgelesen, den Linkshift um 4 minus den Linkshift um 6. Genau, so lässt sich das dann also zusammenbauen. Manchmal kann es halt auch sein, dass es nicht einfach reicht mit zweimal irgendwie Shifts, die man addiert und subtrahiert. Vielleicht braucht ihr für das ein oder andere auch länger. Müsst ihr mal gucken. Genau, und dann solltet ihr aber auch diese Shift statt Multiplikation als Aufgabe hinbekommen. So, was haben wir noch? Wir haben einen Aufgabentyp, ein 6.3, wo wir auch wieder nur einen bestimmten Teil an Operationen benutzen dürfen. Und zwar lohnt es sich also, deswegen lohnt es sich immer ja genauer, auf den Aufgabentext zu gucken, habe ich euch ja schon gesagt. Passt auf, dass ihr nicht irgendwie Punkte verschenkt, weil ihr irgendwo was überlest. Also wir sollen eine, wir sollen die Funktionen als Straight Line Code in Java, ohne Schleifen, if, else, tenere Operator, im Endeffekt heißt das also wirklich mit den simpelsten Operationen, das Ganze umsetzen. Und es steht sogar da, welche Operationen wir benutzen dürfen. Wir haben das, was haben wir da? Wir haben Ausrufezeichen, wir haben die, diese Tilde, also das ist auch für das nicht. Wir haben, wir haben, was haben wir hier noch? Wir haben ein Und, wir haben ein, ich muss gerade mal gucken, das andere müsste jetzt das Oder noch sein. Wir haben einige Shifts, wir dürfen Plus benutzen, aber wir dürfen zum Beispiel, oh, das sollte uns auffallen, wir dürfen kein Minus benutzen. Guckt auch vor allem, es sind einige Operatoren, die sind halt eben Bitweise und einige, die sich auf den ganzen String beziehen. Also, es gibt ja auch sowas, wenn ich jetzt, vorhin hatte ich ja das, den String, wo war denn das? Ich gehe gerade mal zurück. Also, hier sind wir ja Bitweise vorgegangen, sowas wie das And von X und Y. Wenn wir das nicht Bitweise machen würden, sondern auf den ganzen String, dann würde das ja nur eins irgendwie ergeben, wenn wirklich beide Strings genau gleich sind. Also, beide den gleichen Wert genau haben. Und zwar nicht, nicht nur an einer String, Stelle, sondern an allen Stellen. Das ist ja nochmal der Unterschied von dem Bitweise zu einfach diesen allgemeinen Multiplikationen oder And und Oder. Jetzt aber zurück zu unserem Aufgabenteil. Also, eine Funktion mit relativ einfachen Mitteln umsetzen. Wir schauen uns, ich würde mal sagen, wir gucken uns das Bit das Bit NAND mal als Beispiel an. Also, ihr habt BitNor, ihr habt BitXor, Not, oder, nicht oder. BitXor, das XOR hatten wir vorhin, was das grob ist. Es lohnt sich also immer, sich genauer anzugucken, auf was bedeutet das eigentlich. Wir gucken uns ein Bit BitNand an. Das BitNand von X und Y. Auch hier haben wir Einschränkungen. Guckt auch mal bei den Einschränkungen in eurem Aufgabenblatt, wenn ihr das bearbeitet, dass das sich teilweise ändert, von Aufgabe zu Aufgabe, was ihr benutzen dürft. Was wir jetzt sagen ist, oder was wir das BitNand wie immer vorgeben ist, das darf nur mit dem oder gemacht werden, beziehungsweise der Negation. Und dann können wir uns jetzt auch mal überlegen, was ist eigentlich das BitNand, wenn uns das nicht gegeben ist. Also in der Aufgabe ist es ja meist halt schon relativ hohe gegeben. So, ein Nand. Ein Nand ist Not Ant. Das heißt, ich habe ein X und Y das aber negiert. Okay, das ist es erstmal, was es ist. Ein BitNand. Und dann sollte ich vielleicht überlegen, was passt nicht an der Stelle. Also warum ist das noch nicht gültig zu der Aufgabe? Und was fällt euch auf? Was haben wir hier drin, was nicht erlaubt ist? Was ist im BitNand drin, was nicht erlaubt ist nach unserer Aufgabenstellung? Wir dürfen kein Ant benutzen. Genau, dieses Ant ist doof. Das brauchen wir nicht, das dürfen wir nicht. Zumindest hoffen wir, dass wir es nicht brauchen. Habt ihr eine Idee, wie wir ohne die grundsätzlichen Werte, ohne den grundsätzlichen Wertebereich anzupassen, wie wir diese Formel umformen können, dass wir kein Ant mehr brauchen. Es gibt eine Rechenregel, die ihr aus der Mathematik kennt und genau das Ergebnis sehe ich schon im Chat hier. Also zumindest hoffe ich, dass ihr es aus der Mathematik kennt. Früher war es bei mir jedenfalls noch so, dass man es irgendwie im Gymnasium gelernt hat beziehungsweise zum Abitur hin. Ich weiß gar nicht mehr, wann in welcher Klasse. Irgendwann. Und zwar kann ich die Rechenregel von dem Morgen anwenden. Wer es vergessen hat oder noch nicht hatte, der lernt es jetzt halt kennen. Beziehungsweise habt ihr es ja auch in der Mathematik auch nochmal, da kommt das ja auch vor, die Rechenregeln von dem Morgen. Also wenn ich so etwas habe, wie x und y negiert, dann kann ich auch das Ganze aufbrechen und das entspricht dem gleichen wie das nicht x beziehungsweise das nicht y einzeln für sich statt unter dem großen Negationsstrich. Dabei passiert aber etwas mit dem and. Es wird nämlich umgedreht und es wird zum oder. Damit haben wir es jetzt tatsächlich auch so, dass wir es gültig haben. Wir haben nur Negation und ein oder. Das heißt, das, was hier oben ist, ist erfüllt. Und da das als Funktion angegeben werden soll, laut Aufgabe, ist es eigentlich dann auch die hübsche vollständige Variante das auch als Funktion zu schreiben. Also das heißt, wir haben public static int Wie ist es? BitNant haben wir genommen. Also im Endeffekt ganz normal, wie man im Methodenkopf irgendwie auch anfängt. Wir haben unsere Parameter ein x und ein y und wenn wir unseren Methodenkopf haben, was gehört als nächstes dazu für unsere Methode? Das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Und Ich will jetzt quasi eine ganz kleine, schnelle Methode schreiben. Was sollte ich besser nicht vergessen, wenn ich mit sowas wie Java oder auch mit C eine Methode schreibe? die geschweifte Klammer. Also das, was wir halt in Java und C brauchen, um klar zu machen, wir sind jetzt dann wirklich in dem inhaltlichen, da wo die Methode arbeiten soll. Und die Methode soll uns das Ergebnis zurückgeben, das heißt, wir haben einen Return und müssen dann jetzt einmal das umschreiben, was unser Ergebnis ist. Das heißt, wir haben ein negiertes x. Negation war das hier oben. Das Ganze ist verodert mit einem negierten y. Epsilon. Das oder war hier eben dieser Strich. Und eine Anweisung, denken wir dran, am Ende der Zeile ein Semikolon, damit das Ganze auch sauber beendet wird. Und das ist schon alles, was dann da als Antwort dann mit rauskäme. Also das heißt, wenn wir sowas haben, wie bit nand, wir sollen das darstellen mit nur bestimmten Operationen, die uns erlaubt sind, dann gucken wir, dass wir das entsprechend umformen. Sowas wie dem Morgen ist manchmal eine ganz gute Regel dazu, die hilft. Und dann schreiben wir das einmal um als entsprechende Funktion. Und wie ihr seht, das soll gar nicht irgendwie groß viel sein, sondern mit dem Effekt wie oben einfach nur den Namen und die Parameter und dann das, was zurückgegeben wird. Und das ist in der Regel nicht viel für diese Teilaufgaben. Ich würde sagen, wir gucken uns noch ein zweites Beispiel an. Gerade mal gucken, dass ich das Richtige finde. Genau, ich würde sagen, wenn wir das näht haben, dann machen wir jetzt noch das x-nor. Ihr wisst ja, wir können ja nicht das genau nehmen, was es an den Aufgaben gibt, damit ihr das auch noch mal üben könnt. Also ein x-nor. Erlaubt sind in dem Fall and und negation. So, dann müssten wir als erstes natürlich auch überlegen, was ist denn ein x-nor, also ein exklusives nor. Nor war not oder. Da müssen wir ein bisschen nachdenken. Und kommen dann hoffentlich da drauf, dass es x und da wieder dass unsere Ausgangsfunktion von erstmal x und y oder nicht x und nicht y ist. Das ist der Start für ein x-nor. Und wenn wir uns das angucken, dann sehen wir auch wieder, irgendwie sind das Sachen, die nicht erlaubt sind. and ist erlaubt, aber das oder ist nicht erlaubt. Habt ihr eine Idee, was man machen könnte, damit wir irgendwie eine Chance haben, dieses oder wegzukriegen? Es gibt noch so ein Trick, wo man wo man Werte nicht verändert in ihrem, also von der Auswertung und trotzdem man dann was weitermachen kann, um dann zum Beispiel sowas wie den Morgen anzuwenden oder um ausklammern zu dürfen, diverse Sachen. Also, weil im Endeffekt, was hatten wir eben? Wir hatten eben eben hatten wir sowas Schönes, wir hatten was, was nicht erlaubt war und darüber hatten wir einen Negationsstrich. Haben wir jetzt nicht. Wir wollen aber eigentlich genau das hier loswerden. also glücklich wären wir, wenn wir sowas hätten. Haben wir aber leider nicht. Bisschen doof, aber gibt's halt nicht. Wie könnten wir es vielleicht in eine Form kriegen, die uns eben genau hilft, dieses tun zu dürfen? Habt ihr schon mal von der doppelten Negation gehört? Das ist nämlich das, was wir machen können. Wir können sagen, wir haben x und y oder nicht x und y, nicht x, oder, ach Gott, nochmal von, oder nicht x und nicht y, aber bei dem Ganzen sagen wir, wir negieren das, wenn wir das einmal negieren, dann dürften wir den Morgen anwenden, aber wenn wir das einmal negieren, dann haben wir was getan, dann haben wir den Wahrheitswert verändert. haben sie ja quasi einmal den Wahrheitswert invertiert. Also machen wir das Ganze nochmal, setzen wir eine zweite Negation darüber. Ist erstmal ja nicht verboten, denn jetzt haben wir zwar einmal den Wahrheitswert invertiert, haben ihn danach aber wieder zurück invertiert. Also eine doppelte Negation über so einen Formelausdruck sorgt dafür, dass das Ergebnis nicht verändert wird. Wir aber vielleicht damit was Sinnvolles anfangen können, wie eben genau an der Stelle, dass wir jetzt hier sehen, aha, jetzt haben wir hier diesen unteren Bruchstrich, können wir genau diesen, diesen, dem Morgenteil anwenden. Und das machen wir jetzt auch, statt komplett über den ganzen Ausdruck die Negation zu machen, machen wir es über einen Teilausdruck und drehen das oder dabei um. Das heißt, rauskommt vorne x und y, aber als Ganzes negiert und nicht x und nicht y auch als Ganzes negiert. Das ist die untere Negation, die sich dahin aufgelöst hat und natürlich die obere Negation bleibt auch noch bestehen. Das heißt, die dürfen wir nicht vergessen. Die haben wir immer noch darüber. Reicht dann auch schon an der Stelle. Das ist jetzt alles erlaubt. Negation, uns und so weiter. Hat keiner gesagt, dass wir das weiter auflösen müssen. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch einmal sauber umschreiben, dass wir da auch eine Funktion haben. Ich spare jetzt einmal das drumherum, damit wir noch ein bisschen Zeit da wieder sparen. Also, was brauche ich? Ich habe x und y. das Ganze ist negiert. Gleichzeitig habe ich nicht x und nicht y auch negiert. so, dann ist das alles zusammen verundet. Das ist jetzt das und dazwischen. und jetzt dürfen wir die Negation über dem Ganzen nicht vergessen. Klammern das Ganze also nochmal und mache eine Negation davor. Also, zwei kleine Tricks, die euch helfen können bei der Aufgabe 6.3. Regel von dem Morgen und doppelte Negation. Aber auch an anderen Stellen, wenn es darum geht, irgendwie mit Formeln oder Wahrheitswerten zu arbeiten. Ja, wenn wir jetzt auf die Aufgabe gucken, auf das Aufgabenblatt nochmal. Also, wir haben BitNor. Könnt ihr ähnlich machen wie das, was wir jetzt hatten. BitXor, da solltet ihr auch mit zurechtkommen. GetByte. GetByte ist nochmal spannend. Also, GetByte. Was soll da passieren? Die Funktion soll das Byte 0, n bis 3 aus dem Wert x extrahieren. Ah, ja. Okay, also. Das heißt, es soll wir brauchen das n. Ihr müsst also gucken, dass da was, dass da nur ein bestimmter Teil aus einem BitString genommen werden soll. So, jetzt überlege ich nochmal. Wir hatten das vorhin uns mal kurz angeguckt. da zum Beispiel, ja, da hatten wir uns angeguckt, wie wir vielleicht bestimmte Sachen nehmen können, dass wir sagen, wir wollen vielleicht nur die letzten zwei oder drei Bits nehmen von etwas und alles andere wollen wir nullen, wegnullen. Das interessiert uns nicht. Ne, solche Sachen können wir damit machen und wir haben uns Shifts angeguckt, wo wir vielleicht sagen, ne, wir schieben etwas in die eine oder die andere Richtung, um dann, wenn wir das entsprechend weit geschoben haben, zu wissen, dass das, was uns interessiert, an bestimmter Position ist. Das ist das, was ihr für dieses GetByte dann nämlich kombinieren müsstet. Also, ihr müsst quasi gucken, ähm, wie kriegt ihr den Teil, also, wie kommt ihr an den Teil ran aus der Bitkette, den ihr, äh, der euch interessiert. Da müsst ihr wohl halt eine gewisse Anzahl irgendwie Ends schieben und irgendwie gucken, dass ihr nur ein Teil rauskriegt. Also, den Rest einfach weg, wegschmeißen könnt. Ja, und, äh, Rotate Ride, ähm, wir hatten uns angeguckt, wie Rotate Ride funktioniert. Das heißt, er wird rechts rausgeschoben und links rein. Einfach nur nach rechts schieben, das ist ja natürlich, ne, da können wir, können wir irgendwie ein Schifftbefehl benutzen, aber die Herausforderung ist halt, ähm, es gibt das Rotate Ride nicht, ne, wir dürfen auch kein Rotate Ride benutzen. Wir dürfen nur hier links diese Schifftoperationen nutzen oder eben diese anderen Sachen mit, äh, und, und Negation und oder. Das heißt, theoretisch können wir ja einen Teil vielleicht von unseren Werten durch Schiften kriegen, aber uns, wenn wir hier schiften, haben wir festgestellt, dann fehlt uns ja das, was rausgeschoben wurde. Das heißt, ihr müsst vielleicht gucken, ob ihr in zwei Teilen euch das aufteilt, ähm, und guckt, das, was ihr rausgeschoben habt, dass ihr das vielleicht irgendwie anders kriegt, indem ihr, ähm, euch das nochmal an eine richtige Stelle schiebt und dann kombiniert das Ganze. Also, das ist dann das, was für Teil D ist, dass ihr eben gucken müsst. Denkt dran, dass da kein Rotate Ride Operator erlaubt ist und dass ihr dann nur mit Shift das Ganze macht. Aber im Endeffekt ist es die Kombination dessen, dass ihr eben gucken müsst, wie kriegt ihr die Zahlen zusammen, die ihr nicht kriegt, rein dadurch, dass ihr schieben dürft. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in Richtung, ähm, 6.1 uns das anschauen. Also, 6.1, da gibt es die Radix 50-Codierung. Und da wird beschrieben, wie diese Radix 50-Codierung, ähm, funktioniert. Das heißt, es sind Zeichen, die nach dieser folgenden Tabelle kodiert sind. Das ist der erste Schritt. Und im zweiten Schritt wird eine Formel benutzt. Und diese Formel, ähm, die nennt sich R gleich, äh, 40 auf 2 mal C1 plus 40 mal 2 plus C3. Daraus wird dann aus den umcodierten Buchstaben ein 16-Bit-Wert gemacht, der dann abgespeichert wird. Mhm. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal mit einem Beispiel an, wie das funktioniert. Und zwar nehmen wir das schöne Wort GPS. Und, ja, müssen wir eben gucken, ähm, wie das Ganze jetzt funktioniert. Also, diese Formel hier, das, ähm, benutzt jeweils drei Buchstaben. Das heißt, dieses C1, C2, C3 steht im Endeffekt damit auch für Character 1, Character 2, Character 3. Das erste, was wir also tun müssen, ist unser GPS aufzuteilen. So, das ist ein tiefgestelltes C, ne, äh, tiefgestellte Zahlen. Also, es ist C1 tiefgestellt, C2 tiefgestellt, C3 tiefgestellt. Das erste ist unser G, das zweite ist unser P und das dritte ist unser S. Und jetzt schauen wir mal, das G, ähm, könnt ihr erkennen, welche, ähm, welcher Bitstring bei dem G rauskommt mit dieser Tabelle. Na, wir hatten in der Hausaufgabe, also nicht in der Hausaufgabe, in der, im Aufgabenzettel ist als Beispiel 01001 für Q. Und das heißt, wir sehen hier auch, die ersten Strings sind, äh, nicht die ersten Strings, die ersten Bits sind die, ähm, von hier links. Und die anderen drei kommen durch die Spalte. Und das heißt, unser G ist, das ist dann richtig, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Da ist unser G. Hiermit fangen wir an, das sind quasi die höchstwertigsten Bits, von fünfte bis dritte Bit. Und das hier ist unser zweites bis nulltes. G ist also 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Welchen Wert hat, äh, P? 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, richtig, genau, das ist der hier. Und das S. Ja, das S ist das letzte, was uns da noch fehlt. 0, 1, 0, 0, 1, 1. Das ist der erste Schritt, den wir brauchen an der Stelle. Da oben ist ein 1 zu viel. Ähm, dann müssen wir gucken, die Zahlen, äh, die ganze, die umkodierten. Das Ganze wird mit einem, äh, soll im Endeffekt in einen 16-Bit-Wert kommen. Wir sollten also vielleicht auch mal gucken, was da eigentlich für Werte hinterstehen. Ähm, was können wir daraus sagen? Wir können sagen, diese Zahl ist die 7 im Dezimalsystem. Das hier ist die 16 im Dezimalsystem. Und dann haben wir die 19 im Dezimalsystem. Und dass wir da irgendwo mal den Blick haben dazu. Und, ähm, jetzt würden wir das Ganze zusammen berechnen. Wir haben 40 Quadrat mal C1 plus 40 mal C2 plus C3. Das heißt, wir können das Ganze einsetzen. Wir haben 7 mal 16.000 plus 16 mal 40 plus 19, was den Wert 11.859 ergibt im Dezimalsystem. Aber wir sollten, ähm, auch schauen, dass das Ganze, ähm, dass das Ganze, ähm, dass das Ganze, ähm, entsprechend, ähm, im, im, im Hexadezimalsystem abgespeichert wird. Also das müssen wir halt gucken. Im Radixsystem, das Ganze wird als hexadezimale Zahl abgespeichert. Hexadezimal ist also das 16er-System. Und wenn wir das Ganze auch noch umrechnen würden, würde dann 2e5.3 als Ergebnis kommen. Das ist also das, was wir in Aufgabenteil A machen würden, dass wir das Ganze einmal gucken. Wir brauchen jeweils für unseren, ähm, jeden unserer Buchstaben brauchen wir die zugehörige Bitkette. Dann können wir das Ganze mit der obigen Formel einmal ausrechnen. Und, äh, dadurch sehen wir also auch schon, dass das Radixsystem immer auf Dreierzeichenketten basiert. Die Radix-Kotierung. Und dann haben wir einen hexadezimalen Wert, den wir da am Ende rausrechnen. Was jetzt als nächstes getan werden soll, ist, dass wir die Multiplikationen durch Schiebeoperationen und Additionen ersetzen sollen. Und das Ganze möglichst einfach zusammenbringen. Wir sehen hier, wir haben ja diverse Operationen, ähm, Zahlen, die wir ausgerechnet haben. Wir haben Multiplikationen, wir haben, hoppala, das ist natürlich ein Plus 19 an der Stelle. Ähm, wir haben hier Multiplikationen, die wir genauso, wie wir es schon an anderer Stelle gemacht haben, dann jetzt einfach, ähm, durch Shifts dann auch ersetzen können. Und diese Verallgemeinerung des Ganzen ist dann das, was ihr eben in Teil B machen sollt. Also, deswegen dachte ich auch, es ist vielleicht eben einfacher, wenn wir vorhin einmal das mit dem Shift allgemein erstmal lernen. Hier könnt ihr es dann nämlich nochmal wieder anwenden, daraus dann, äh, Shift zu bauen. Gegebenenfalls müsst ihr eine Zwischenspeicher-Variable auch benutzen, das ist dann auch okay. Ähm, dass ihr dann genauso wie ein, beispielsweise C1 oder C2 oder C3, was ihr halt shiftet, dass ihr das Ergebnis zwischendurch irgendwo zwischenspeichert, bevor ihr das dann ausgebt. Genau, dann, äh, danach ist die Idee, dass ihr nochmal überlegt, wie wir aus dieser Darstellung, ja, also das ist ja dann die Radix-Darstellung, äh, die wir hier haben von unseren Zahlen, dass ihr dann überlegt, was kommt da für einen, für, äh, für einen Wert hier auch raus, und so unsere 11.859, die wir hier hatten. Ähm, ähm, da sollte ich einfach mal überlegen, wie kann man das Ganze vielleicht rückrechnen. Und, da lohnt es sich nochmal genau zu gucken, dass es ja doch sehr große Unterschiede gibt, mit wie viel irgendwie multipliziert wird. Das hilft dann auch, das irgendwie vielleicht kleiner zu kriegen. Und versucht erstmal, an eine der Variablen zu kommen. Versucht erstmal, an die einfachste der Variablen zu kommen, wenn ihr das irgendwie versuchen sollt, das wieder zurückzukriegen. Wenn ihr an die einfachste der Variablen kommt, also die, die am einfachsten euch fällt, dann lässt der Rest sich auch etwas einfacher berechnen. Genau, das machen wir jetzt nicht, das ist ein Teil der Hausaufgabe. Was wir uns stattdessen angucken, ist nochmal das Thema Codierung aus Aufgabe 6.4. Und zwar heißt es hier, ein einschrittiger, ein einschrittiger Binärcode soll entwickelt werden. Ähm, wir machen erstmal relativ einfach einen einschrittigen Binärcode. Keine Ahnung, was können wir nehmen? Wir können irgendwie fünf Elemente nehmen oder so, das reicht für uns. Im ersten aus einem KV-Diagramm heraus. Sollten wir uns erstmal angucken, was ist eigentlich ein KV-Diagramm? Wie sieht ein KV-Diagramm überhaupt aus? Ein KV-Diagramm ist ein großes Rechteck mit mehreren Feldern drin. In den meisten Fällen ist es ein 4x4-Rechteck. Das ist aber auch die Möglichkeit, dass es 2x3 sind oder theoretisch kann es auch größer sein. Aber für die meisten Übungszwecke haben wir entweder 4x4 oder 2x3. Oder 2x3, 2x4. Es hängt von der Anzahl der Variablen ab. Also so ein 4x4 ist für vier Variablen. Wir haben x3, x2, x1 und x0. Und die sind dann jeweils den Zeilen oder den Spalten zugeordnet. Es ist dann so, dass wir zeilenweise die Variablenbelegung zu x3 und x2 dazu haben. Alle Möglichkeiten durch. Wir können es haben, dass beides 0 ist, x3 und x2. Es kann sein, dass x3 0 ist, währenddessen x2 1 ist. Wir können x3 1 haben und x2 auch 1 haben und als letztes noch x3 1 sowie x2 0. Für x1 und x0 die gleichen Kombinationen, nur dass wir sie an die Spalten schreiben. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 und 1, 0. Und dadurch, dass wir das jetzt hier als Quadrat gemacht haben, können wir das Ganze kombinieren und haben dadurch auch alle Kombinationen durch. Also für x3, x2, wenn das beides 0 ist, das können wir kombinieren mit jeder der möglichen Variablenbelegungen von x1 und x0. Das ist dann halt die oberste Zeile. Wenn wir dann nämlich auf dieses erste Feld gucken, da würden wir als Wahrheitswert normalerweise dann das reinschreiben als Ergebnis, was bei 0, 0, 0, 0, 0 rauskäme. Das sieht irgendwie hässlich aus. Ich versuche das nochmal irgendwie kleiner zu schreiben. Vielleicht so. Also 0, 0, 0, 0, 0 wäre das erste Feld. Dann hätten wir 0, 0, 0, 1. Das zweite Feld. 0, 0, 1, 1. Das dritte. 0, 0, 1, 0. Das vierte. Und auf die Art und Weise haben wir also für jedes Feld eine Zuordnung, welche Variablenbelegung dahinter steckt. Also das heißt, ich würde, wenn ich mir das dann angucken würde, etwas wie Variablenbelegungen aussehen können und was ein Ergebnis rauskommen kann bei einer Formel. Nehmen wir mal eine ganz einfache Formel, so etwas wie, es ist irgendwie blöder jetzt so ein konstruiertes Beispiel an der Stelle. Also wenn jetzt irgendwie der Wert für eine Formel rausgibt unter der Variablenbelegung 0, 0, 1, 0 ist es 1. Dann würde ich hier eine 1 eintragen in das letzte Feld für das KV-Diagramm. Wenn aber die Variablenbelegung 0, 0, 1, 0 bei meiner gegebenen Formel eine 0 rausgibt, dann würde ich hier eine 0 eintragen in das letzte Feld. Das ist das, wofür wir es eigentlich nutzen. Jetzt gucken wir uns aber erstmal an den Aufbau eines KV-Diagramms. Ich schreibe das noch einmal kurz hier zu Ende. Wie gesagt, das ist die jeweils jetzt einfach nur zusammengeschriebenen, die Variablenzuordnung für das jeweilige Feld. Was wir normalerweise, wenn wir KV-Diagramme benutzen, nur daran sehen, an dem, was wir außen stehen haben. Der Aufbau ist immer gleich in der Abfolge und wenn ihr euch die Abfolge anschaut, dann fällt euch bestimmt was auf. Was fällt euch auf, wenn ihr euch anschaut, wie die Anordnung außen am KV-Diagramm ist von den Variablenbelegungen, den möglichen. Ist das so, wie ihr es erwarten würdet? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0? Nee. Ja. Irgendwas passt nicht, ne? Wir stellen uns die Frage, warum steht denn dieser 1, 1 hier vorne und nicht da hinten? Warum zählen wir nicht einfach durch? Ja. Die Idee ist, dass... Oder, was heißt die Idee? Also dadurch, dass wir es nicht tun, haben wir eine bestimmte Reihenfolge hier. Wir haben einen einschrittigen Binärcode hier schon außen vorliegen. Was ist einschrittig? Einschrittig heißt, von einem Codewort zum nächsten ändert sich nur ein Bit. Das heißt, von 0, 0 zu 0, 1 ändert sich nur das zweite Bit. Von 0, 1 zu 1, 1 ändert sich in dem Fall das erste Bit und von 1, 1 zu 1, 0 das zweite. Und tatsächlich gilt vom letzten zum ersten das auch. Von 1, 0 zu 0, 0 ändert sich auch nur ein Bit. Wenn ich stattdessen hier normal einfach binär hochgezählt hätte, wäre ich von 0, 1 zu 1, 0 gegangen und dann wäre ich plötzlich zweischrittig, weil ich zwei Bit auf einmal geändert hätte. Und das ist das, was ich hier außen mache. Ich schreibe also außen, im Endeffekt, das in der Reihenfolge auf, wie ein einschrittiger Binärcode ist. Mit den Zeilen das Gleiche. Und wenn ihr euch jetzt die Kombinationen anguckt aus den beiden, also wenn ich die kombinierten Variablenbelegungen hier reingeschrieben habe, dann schauen wir uns das hier an, 0, 0, 0, also 4 mal 0, dann 0, 0, 1. Das ist auch hier nur ein Schritt unterschiedlich. Wenn wir hier ein weitergegangen sind, ist das auch nur einer Unterschied. Und hier hinten ist es auch nur einer Unterschied. Hier ist hier die vierte Stelle. Was jetzt nicht funktioniert ist, dass ich sage, oh, ich springe jetzt hier einfach in das Nächste. Ne, das geht nicht. Aber von wo aus kann ich hier einschrittig weitergehen? Wenn ich jetzt irgendwie durchgegangen bin, ich bin jetzt bei 0, 0, 1, 0. Wohin könnte ich einschrittig weitergehen? Wer sieht es? Ja, in jede Richtung. Was meinst du mit in jede Richtung? Ja, genau, also nicht diagonal, aber gerade in jede Richtung, oben, unten, links, rechts, bin ich einschrittig. Also, ich könnte jetzt hier nach unten gehen. Dann würde sich das zweite Bild ändern. Ich könnte wieder außen raus und links rein gehen. Dann komme ich jetzt natürlich schon her. Dann würde sich das ändern. Aber ich kann auch oben raus. 0, 0, 1, 0 zu 1, 0, 1, 0. Da würde sich das erste Bild ändern. Das ist alles einschrittig. Das heißt, in einem KV-Diagramm ist die Variablenbelegung, wie sie dahinter steckt, hinter den Feldern, nebeneinander und untereinander jeweils immer einschrittig. Das ist ganz praktisch, wenn man das sieht, weil das könnte uns ja vielleicht helfen, wenn wir aus einem KV-Diagramm heraus einen Binärcode mit fünf Elementen finden sollen. Welche Felder könnten wir jetzt nehmen, um fünf Elemente zu finden hier raus? Ein einschrittiger Binärcode mit fünf Elementen aus dem KV-Diagramm heraus, also aus so einem Standardaufbau eines KV-Diagramms heraus. Ja, genau. Also im Endeffekt suche ich fünf ununterbrochen miteinander verbundene Felder. Da ja von einem Feld zu einem gerade benachbarten Feld es immer einschrittig ist, kann ich mir fünf Beliebige raussuchen. Das Einfachste wäre jetzt natürlich gewesen, wenn ich sage, ne, die vier plus den. Dann hätte ich einen Code, der einschrittig ist. Ich muss ja einfach nur einmal durchgehen können, vom ersten bis zum letzten Codewort immer jeweils nur einen Bitunterschied. Ich hätte aber auch stattdessen irgendwie wild irgendwo, so vielleicht sollte ich es nicht über die Zahlen malen, das zum Beispiel machen können. Gucken, ob das funktioniert. 0, 1, 0, 1. Genau, hier ändert sich das Erste, das Dritte, das Letzte und das Erste. Das würde auch gehen. Das heißt, solange ich eine ununterbrochene Linie ziehen kann und nicht diagonal gehe und denke daran, ich kann hier auch sowas machen, dass ich theoretisch rausgehen kann und dann hier links wieder reinkommen kann. 1, 2, 3, 4, 5, das wäre auch eine Möglichkeit. Genau, solange das also unterbrochen ist und nicht diagonal, kann ich daraus einen einschrittigen Code mit einer fast beliebigen Länge mir dann generieren. Also theoretisch halt bis zu 16. Danach habe ich halt Wiederholungen. Könnte aber auch mehr natürlich machen. So, was fällt uns auf? Jetzt haben wir hier 5 gemacht, 5 Elemente. Welchen Unterschied macht es, ob ich jetzt 4 oder 5 Elemente mache? Also, die Frage aus der Frage. Aus B, die da ja steht, ist, ja, 4 oder 5 Elemente, 4 ist 1 weniger. Das ist nicht ganz die Antwort, die ich will. Also, in Aufgabenteil B ist ja auch die Frage, warum kann ein Code nicht zyklisch einschrittig sein? Und hier die These aus dem Chat, ungerade ist nie zyklisch. Genau, da haben wir nämlich irgendwie so ein Problem. Wir, wenn wir zyklisch sein wollen, ja, was hieße zyklisch? Zyklisch hieße, dass wir, wenn wir bei der letzten Zahl angekommen sind, auch wieder zur ersten hin nur einschrittig sind. Das haben wir hier bei unseren Beschriftungen am Rand zum Beispiel, ja. Wir sind, wir können einmal durchzählen einschrittig. Und wenn wir bei 1,0 sind, dann sind wir auch wieder mit einem Schritt bei 0,0. Das gleiche gilt auch, gilt ja auch hier, wenn wir rausgehen. Also, was wir hier gemacht haben von 1,0, 1,0 zu 1,0, 0,0, wo nur die dritte Stelle sich geändert hat. Das heißt, dass wir hier auch außen rum gehen können, aufgrund des Zyklus, der in der Generierung mit drin steckt. So, wenn wir jetzt hier einen zyklischen Code haben wollen, dann müssten wir sowas haben wie, wir könnten halt sowas machen. Damit wären wir zyklisch. Wir gehen von 1,1,0,1 zu 1, also hier ändert sich die zweite Stelle, da ändert sich die dritte Stelle, also nur eine. Und hier ein höher, da ändert sich die zweite Stelle und darüber ändert sich die dritte Stelle. Ja, dann haben wir jeweils einschrittig immer nur eine Stelle, die sich ändert. Dafür haben wir irgendwie hier schon das Problem, da brauchen wir irgendwie, müssen wir wieder zurückkommen. Das funktioniert irgendwie mit ungerade nicht so gut. Genau, das kann man auch noch, kann man auch mit den Werten selber nochmal etwas argumentieren, wenn man sich das anguckt, was da eigentlich passiert. Vielleicht kommt ihr da auch nochmal auch auf eine Idee dann zu Hause noch so als zusätzliche Begründung dazu, dass, ja, wenn ihr euch sowas wie Quersummen Dinge vielleicht anguckt oder so, vielleicht fällt euch da auch noch was zu ein. Aber grundsätzlich ist erstmal das Wichtigste, was wir eigentlich sehen, dass wir ungerade eigentlich nicht zyklisch werden können. Und wenn ihr das vernünftig irgendwie gut beschreiben könnt, das ist so ein bisschen der Teil, in dem es in Aufgabenteil B geht. Als letztes sollt ihr dann einen zyklisch einschrittigen Code mit einer gewissen Anzahl Codewörtern erstellen und dazu das rekursive Verfahren aus der Vorlesung benutzen. Okay, also es gibt ein Verfahren aus der Vorlesung und das sollen wir benutzen. Erinnert ihr euch, wie das funktioniert? Hattet ihr das schon? Das ist gerade nicht, vielleicht sind wir mal wieder ein bisschen zu früh. Verfahren zur Entwicklung eines einschrittigen Codes. Kann sein, dass wir wieder so, wie gesagt, ein bisschen zu früh dran sind, dass erst Freitag in der Vorlesung dran ist. Also, wir brauchen, ich würde mal sagen, sechs Codewörter sollten uns jetzt reichen. Wir wollen heute noch Feierabend machen. Das Ganze dann zyklisch einschrittig. Die Code-Entwicklung rekursiv. Wir starten mit der Null. Dann haben wir unsere nächsten Schritte. Wir setzen eine führende Null vor alle vorhandenen Codewörter. Bei einer Null. Achso, wir starten nicht nur mit einer Null. Wir starten auch mit einer Eins. Das haben wir natürlich fast vergessen. Also, wir starten mit einer Null und einer Eins. Das sind unsere ersten beiden Codewörter. Und jetzt setzen wir eine führende Null vor alle vorhandenen. Null, Null und Null, Eins. Außerdem setzen wir eine führende Eins vor alle vorhandenen Codewörter, aber in umgekehrter Reihenfolge. Das ist der zweite Teil quasi von dem Schritt. Okay, wir haben noch eine Reihenfolge der Codewörter. Wir fangen an mit der umgekehrten Reihenfolge. Also hinten eine Eins. Und davor setzen wir eine Eins. Außerdem haben wir eine Null. Davor setzen wir eine Eins. Das Ganze 1a und 1b wird dann zusammengeführt und heißt, dass wir 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 haben als Reihenfolge. Das, was wir ja eben auch als Zeilen- oder Spaltenbeschriftung hatten beim KV-Diagramm. Das heißt, da sehen wir auch schon oder wissen, dass das zyklisch uneinschrittig ist. Das sind vier Codewörter. Das heißt, das reicht uns noch nicht. Das heißt, wir müssen dieses Verfahren nochmal durchführen. Deswegen heißt es rekursiv, weil wir mit den vorhandenen Codewörtern nochmal diese Schritte, die wir bei 1a und 1b hatten, durchführen. Also 2a, eine führende Null vor alle vorhandenen Codewörter. Was sind jetzt also die Codewörter, die rauskommen im Schritt 2a? Ich setze eine führende Null vor alle vorhandenen Codewörter. Ja, genau, richtig. Also ich habe die Null, Null, wo ich die Null davor gesetzt habe. Ich habe die Null, 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 Null. Dann 2b. Ich setze eine führende 1 vor alle vorhandenen Codewörter in umgekehrter Reihenfolge. Also das bezieht sich alles immer noch auf die Codewörter aus unserem Zwischenergebnis. Welche Codewörter kommen hier jetzt raus? Ja, genau. Sehr gut. Gut aufgepasst. Jetzt müssen wir nämlich wirklich schauen. Wir machen die umgekehrte Reihenfolge. Wir fangen hinten an. Wir nehmen 1, 0 und setzen die 1 davor. Dann haben wir 1, 1 und setzen die 1 davor. Wir haben 0, 1 und setzen die 1 davor. Wir haben 0, 0 und setzen die 1 davor. Das heißt, unsere Codewörter, die wir dann insgesamt haben, aus 2a, dahinter die aus 2b. Und wenn wir uns das angucken, 1, 2, 3, 4, hier war das vierte. 0, 1, 0 zu 1, 1, 0 ist tatsächlich auch einschrittig. Das passt. Da hat sich nur das erste geändert. Und wenn wir uns das letzte Codewort angucken, 1, 0, 0 zu 0, 0, 0. Da hat sich das erste Bit geändert. Auch das ist einschrittig. Und damit vom letzten zum ersten auch einschrittig. Und damit sogar zyklisch einschrittig, so wie es sein soll. Wir haben jetzt 8 Codewörter. Wir brauchen aber nur 6. Was machen wir denn jetzt? Denn die Idee, wenn wir 6 Codewörter brauchen, aber 8 haben. Ja, wir können gucken, ob wir vielleicht einfach die ersten 6 nehmen. Das ist natürlich eine Idee. Da können wir mal schauen, ob das passen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da sind wir bis da. Das wäre hier natürlich intern einschrittig. Da müssen wir jetzt aufpassen. Das letzte Codewort, 1, 1, 1 zu 0, 0, 0. Das sind drei Bits, die sich ändern. Ich glaube, das ist nicht mehr einschrittig. Das heißt, wir hätten kein zyklisch einschrittig. Wir hätten dann einen einschrittigen Code, aber keinen zyklisch einschrittigen Code. Das heißt, wir können nicht einfach die ersten 6 nehmen. Genau, richtig erkannt. Wir könnten aber zum Beispiel die Mitte nehmen hier, 2 bis 7. Denn dann kommen wir von 1, 0, 1 zu 0, 0, 1. Also, ich kann auch sagen, jetzt geschicktes Auswählen aus der Tabelle eines Teils. Und wirklich so als kleiner Tipp. Zyklisch einschrittig ist die Mitte eigentlich immer dann. Also nicht nur eigentlich. Sie ist dann die Mitte, die mittleren Codewörter. Wenn ihr genau aus der Mitte die richtig rausnehmt, dann habt ihr zyklisch einschrittig. Und was man aber auch machen könnte, ist, man kann auch nur die äußeren nehmen. Das ist auch die Möglichkeit, dass man die Mitte genau rauslässt. Also das genau umgekehrt macht. Wenn wir nämlich hier die äußeren nehmen würden, also hier die 3 und da die 3 und dann damit die in der Mitte rauslässt, dann wäre unser letztes Codeport, also würden wir hier anfangen mit beispielsweise, ja, wobei ist egal, ist ja zyklisch. Also fangen wir da an. Und dann müssen wir von 0, 1, 1 zu 1, 1, 1, haben wir auch nur einen Bit-Unterschied. Wunderbar. Das geht also auch. Das heißt, wenn man mit diesem rekursiven Algorithmus einen zyklisch einschrittigen Binärcode entwickelt hat und dann aber nur einen bestimmten Anteil an Codewörtern braucht, dann können wir entweder die Mitte nehmen oder können die Enden nehmen. Wichtig ist nur, dass ihr euch daran erinnert, wie wir eben beim KV-Diagramm gesehen haben, dass das nur mit geraden Zahlen auch funktionieren kann, dass wir mit ungeraden da eben nicht zurückkehren, dass wir da das dann nicht schaffen würden. Gut, dann haben wir das aber auch, kennt ihr das Verfahren jetzt auch, könnt das auch hoffentlich anwenden in der Hausaufgabe. Das war an der Stelle dann das Aufgabenblatt. Und ich wünsche euch eine schöne, angenehme Woche und viel Erfolg bei den Hausaufgaben. Und ich wünsche euch eine schöne, angenehme Woche und viel Erfolg bei den Hausaufgaben.